Heute seht ihr den zweiten Teil meines Interviews mit Prof. Dr. Holger Graf, ehemaligem Goldman-Banker und Finanzprofessor. Wir haben darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, auch für Privatanleger in Hedgefonds zu investieren, ob man denn langfristig den Markt schlagen kann, was er von der technischen Analyse hält, welchen Copy-Trading-Scam wir gemeinsam aufgedeckt haben und was er denkt, wo die zukünftige Zinsentwicklung der Zentralbanken hingeht. Das Interview war hochspannend, vielleicht ein bisschen technisch. Ich hoffe, ihr kommt gut hinterher. Viel Spaß dabei! Was sind denn erstmal Hedgefonds? Das ist ja so ein Lieblingsthema von dir, ne? Eines meiner absoluten Lieblingsthemen, neben Geldpolitik. Aber die Definition ist tatsächlich nicht so einfach. Also grundsätzlich steht Hedge für Absicherung und dementsprechend kann man vielleicht ableiten, so der traditionelle Hedgefonds hat eigentlich erstmal die Strategie, auf keinen Fall Geld zu verlieren. Gibt es ja auch die ein oder anderen deutschsprachigen Manager in dem Bereich, abgesichert gegen alles, auch gegen Rendite. So schlimm ist es aber bei Hedgefonds normalerweise nicht. Also du versuchst schon, die Renditeabsicherung nach unten sozusagen zu haben, aber du willst eigentlich so mittelfristig, wenn ich es jetzt mal ganz plakativ sage, in etwa die Marktrendite mitnehmen. Und das ist vielleicht auch was, was in der Öffentlichkeit anders aufgefasst wird. Also bei Hedgefonds, zumindest bei den traditionellen, geht es nicht darum, jetzt 30, 40, 70 Prozent pro Jahr zu machen und den Markt massiv outzuperformen, sondern eigentlich geht es hauptsächlich darum, Kapital zu bewahren und dann aber eine gute, positive Rendite zu bekommen. Und wie die das machen, ist sehr, sehr, sehr heterogen. Also es gibt wirklich die unterschiedlichsten Strategien, was sich alles irgendwie unter diesem Begriff Hedgefonds subsumieren lässt. Und deswegen ist es nie so leicht, diese Anlageklasse in einem Halbsatz zu beschreiben. Ja, es ist tatsächlich auch ein bisschen, wie soll man sagen, diffus. Also es gibt, jeder könnte rein theoretisch sagen, ich bin Hedgefonds oder es ist ziemlich leicht, sich als solcher zu definieren. Aber was vor allem markant dafür ist, also dass es für Privatanlegern in der Regel gar nicht so zugänglich ist. Also ich kenne eigentlich außer dir niemanden, der in Hedgefonds investiert und kein institutioneller Anleger ist. Wie hast du das gemacht? Also welche Möglichkeiten gibt es? Hast du da Kontakte spielen lassen? Oder du hast mir von einem Beispiel erzählt, aber es gibt auch welche, wo man so rein investieren kann. Genau, jetzt muss man dazu sagen, der regulatorische Begriff Hedgefonds ist vielleicht ein bisschen enger gefasst, als was ich unter dem Thema verstehe. Also regulatorisch ist es so, in Hedgefonds darfst du als deutscher Privatanleger nicht investieren. Du darfst in Dachhedgefonds investieren, aber nicht in einzelne. Es gibt aber zum Beispiel ganz viele Hedgefonds-Manager, die eine sogenannte Usage-Struktur anbieten. Also das ist dann wirklich etwas ein bisschen eingeschränktes Handelsuniversum. Eine regulierte europäische Fondsstruktur. Genau, eine wunderschöne Bezeichnung. Eine regulierte europäische Fondsstruktur, die dann auch offiziell von Privatanlegern ganz normal über einen Broker gekauft werden kann. Und welche Strategien gibt es da alles? Also du beschäftigst dich ja viel damit. Und welche Hedgefonds-Strategien sind so die bekanntesten? Also die bekanntesten und wichtigsten sind wahrscheinlich die klassischen Long-Short-Strategien. Ohne dass ich das jetzt wissenschaftlich nachgewiesen habe, würde ich sagen, wahrscheinlich 70% aller Hedgefonds sind in dem Bereich zuzuordnen. Und da vor allem Aktien Long-Short. Was ist Long-Short? Genau, im Wesentlichen hast du zwei Teile deines Portfolios. Ein Teil sind Aktien, von denen du glaubst, dass die steigen. Die gehst du dann Long, also die kaufst du entsprechend rein. Und dann gibt es einen zweiten Teil des Portfolios. Das sind Aktien, von denen du glaubst, dass sie, die im Long-Teil des Buches, also die steigenden Aktien, dass die zumindest schlechter performen. Die würdest du dann short gehen. Also ganz vereinfacht, du leistest dir irgendwo, kannst dir verkaufen, zahlst eine Leihgebühr, in der Hoffnung, sie später günstiger zurückzukaufen. Vielleicht ganz wichtig, das kennt man ja aus der ganzen GameStop-Geschichte von damals, ganz wichtig ist auch, dass oftmals bei diesen Hedgefonds in dem Short-Teil des Portfolios 50 oder 100 Werte drin sind. Das heißt, es ist nicht so, dass die Managerin da sagt, ich glaube, dass diese Aktie wertlos wird, dass die pleite gehen. Klar, versucht man schon, Werte zu finden, wo man zum Beispiel Bilanzbetrug vermutet. Also bei Wirecard waren viele Hedgefonds sehr, sehr früh mit dabei. Aber generell geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass die Aktien, die man short ist, dass die schlechter performen als die Aktien, die man long sind. Weil super vereinfacht, die Rendite des Hedgefonds setzt sich aus dem Unterschied der Performance zusammen. Wenn beides fällt, ist auch alles okay, solange das, was man short ist, quasi mehr fällt als der Teil, dem man long ist. Okay, was gibt es für andere Strategien außer Long-Short? Was immer noch ganz witzig ist, sind die Aktivisten. Da kennt man ja auch von ein paar, Bill Eggman, Carl Icahn, Betting on Zero, ein guter Film oder Dokumentation. Verlinken, ja. Genau, verlinken. Das sind Manager, die kaufen sich in Firmen ein und wollen dann wirklich aktiv die Geschäftspolitik verändern, indem man sagt, ihr müsst unbedingt einen Teil, einen Spin-off machen, also ausgliedern in eine Tochtergesellschaft oder ihr müsst unbedingt die Strategie ändern und euer Geschäft in Europa schließen, weil das ist unprofitabel. Also solche Beispiele. Das sind auch die, die man medial wahrscheinlich am meisten immer sieht, weil deren Hauptbusiness ist eigentlich, medial aufzutreten, um entsprechenden Druck auf das Management dieser Firmen auszuüben. Das heißt, die kaufen sich einen gewissen Anteil von der Firma. Das hatten wir jetzt zweimal gesehen von einem bekannten Hedgefonds, Hindenburg Research, haben wir im Podcast ein paar Mal drüber gesprochen. Adani-Gruppe haben die angegriffen, also ein großes indisches Konglomerat und vor kurzem die Firma Block, wo der Twitter-Gründer, der das gegründet hat. Also das sind tatsächlich die Strategien, die man so am meisten sieht. Wobei man bei dem mal sagen muss, diese nochmal ganz speziell, das sind Short-Seller. Also die setzen eigentlich ausschließlich darauf, dass irgendwelche Aktien fallen. Und Hindenburg zum Beispiel ist regulatorisch eigentlich tatsächlich gar kein Hedgefonds, sondern die investieren ihr eigenes Geld. Woher sie das haben, ist wieder eine andere Geschichte. Aber ich kann quasi jetzt keinen Anteil an Hindenburg einfach so kaufen. Aber genau, Short-Seller werden auch eine bekannte Strategie in dem Bereich, die medial auch immer in der Öffentlichkeit steht. Und vielleicht noch ein Beispiel von einer etwas nerdigeren Sache wären sogenannte Special-Situations. Also das ist beispielsweise so, irgendeine Firma spaltet sich auf. Oder noch besser, eine Firma will eine andere Firma übernehmen. Nehmen wir vielleicht das Beispiel. Es geht auch ein bisschen ins Aktivistische rein, aber kann man wahrscheinlich auch ein bisschen davon grenzen. Dann sagt so ein Hedgefonds zum Beispiel, die Firma, die übernommen werden soll, da kaufe ich mir jetzt einen Anteil und versuche dann, einen höheren Preis rauszuholen. Indem ich sage, ich kaufe mich da ein. Ne, lieber Anleger, verkaufe bitte auf keinen Fall an Siemens oder sonst wen. Wir müssen da nochmal 10% mehr rausholen. Und das hast du bei allen größeren öffentlichen Übernahmeangeboten. Also ich glaube, in Deutschland hatten wir da, war doch auch mal, glaube ich, ein Hedgefonds mit drin bei, als die Comdirect komplett übernommen werden sollte von der Commerzbank. Da gab es doch einen, der da was ausgehandelt hat. Ich glaube, Petreus Advisors hießen die. Das war, glaube ich, auch kein externes Geld, sondern ein eigenes. Aber ja, die haben sich dann da reingesetzt, haben eine Website gegründet und gesagt, liebe Privatanleger, verkauft nicht an die Commerzbank. Wir holen dann zu diesem Preis, wir holen dann einen höheren raus. Haben sie, glaube ich, auch, aber nur fürs eigene Aktienpaket. Das war auch ein bisschen kritisch gesehen. Genau, okay, interessant. Und jetzt kommen wir wieder zu deinem Portfolio zurück. Du hast gesagt 70-30. Wie ist das zu verstehen? Das ist so zu verstehen, dass ich 70-30 natürlich ein bisschen zum Spaß gesagt habe, um dich ein bisschen zu ärgern. Dass 70% sind eher unkorrelierte Strategien. Also das wäre zum Beispiel jetzt, was wir gerade gesagt haben, so Special Situation Fonds oder auch ganz witzig Kapitalstruktur Arbitrage, wo dann sagst du, du kaufst irgendwie eine Anleihe und shortest die Aktie von derselben Firma dagegen, setzt du auf relative Preisunterschiede. Alles was, was irgendwie jetzt mit dem breiten Markt weniger zu tun hat. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Unkorreliert, was bedeutet das? Also du hast Statistik als Hintergrund, aber für die Leute, die es nicht wissen, wie würdest du das genau verstehen und warum ist Unkorreliertheit was Gutes im Finanzbereich oder so beliebt? Also unkorreliert ist natürlich als Statistiker erstmal, die Antwort ist keine lineare Abhängigkeit. Aber ich formuliere es jetzt allgemeiner und sage Strategien, die mit einem breiten Markt weniger zu tun haben. Also im Prinzip, wenn der Markt 10% fällt, dann würde eine unkorrelierte Strategie oder Struktur halt im Zweifelsfall nicht diese 10% fallen, sondern vielleicht 3% steigen, 1% fallen, 7%. Also hat einfach nichts damit zu tun. Also quasi keinen Zusammenhang, was man bei Aktien viel sehen kann. Wenn der gesamte Markt abrauscht, weil gerade irgendwie eine Krise ist, dann fallen ja alle Aktien und nicht die meisten Aktien, sagen wir es mal so. Und was man halt sucht, ist halt möglichst irgendwas in den Cocktail, in den Depot-Cocktail dazu zu mischen, was das irgendwie so ein bisschen ausgleicht. Genau. Wobei man vielleicht aufpassen muss, wenn der Aktienmarkt 20% abrauscht, dann will natürlich jeder unkorreliert investiert sein. Wenn der Markt aber 20% steigt, würde halt eine unkorrelierte Strategie nicht 20% steigen, dann will sie halt keiner haben. Ja stimmt. Das heißt, nach unten hin möchtest du nur eine Unkorreliertheit haben. Genau. Aber wenn man sich quasi auf solche Strategien einschießt und sagt, man möchte sowas ins Depot nehmen, dann darf man sich halt nicht ärgern, wenn der Markt 20% hoch geht und das Depot das dann halt nicht entsprechend mitmacht. Okay. Das heißt, das ist das Risiko, was du mit deinem 70%-Teil eingehst, dass wenn die Aktienmärkte wieder to the moon gehen, dass du dann nicht mit dabei bist. Genau. Sondern die Idee ist halt wirklich so, sagen wir mal, konstant eine stabile Rendite zu bekommen, unabhängig davon, was der Aktienmarkt eigentlich macht. Okay, verstehe. Und warum? Du bist ja noch verhältnismäßig jung und brauchst ja sowas noch nicht, oder? Also im Sinne von stabile Rendite. Und du bist sogar noch verbeamtet. Das heißt, du hast ja eigentlich gar kein Risiko. Warum? Stimmt. Eigentlich könnte ich doch den Zehnerhebel mit dem ganzen Vermögen kaufen. Eben, sag ich doch, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin vielleicht ein bisschen risikoaverser als... Sagt der uninvestierte Hedgefonds. Ja, aber Hedgefonds sind ja, wenn man sie richtig selektiert, sind sie ja auch eigentlich relativ konservative und langweilige Produkte. Wenngleich es natürlich auch immer wieder mal Fonds gibt, die von 100 auf 0 innerhalb von einem Tag fallen, wenn sich da jemand massiver spekuliert hat und du kein Risikomanagement drin hattest. Das sind die unkorrelierten Assets, der 70-Prozent-Teil. Was sind die 30? Die 30% sind jetzt schon fast langweilig. Da sind ein paar ETFs dabei, sind aber auch ein paar long-only-aktive Fonds dabei. Also das, was du, glaube ich, überhaupt nicht magst. Long-only ETF? Aktive Fondsmanager, die nur lang, sag ich schon wie die Mauerstraße, die nur Aktien kaufen und nicht noch irgendwas shorten dagegen. Okay, verstehe. Und, aber du hattest vorher auch ein ziemlich, sogar sehr breites Einzelaktienportfolio. Ich glaube, mit über 100 Werten drin. Warum hast du das aufgelöst? Das hat einfach mit meinem privaten Hintergrund zu tun. Ich bin letztes Jahr doppelter Vater geworden und bin da sehr naiv rangegangen und dachte mir, hier Elternzeit, da kannst du in Ruhe arbeiten, machst ein bisschen Dutzi-Dut zu den Kindern und dann hast du wieder Zeit für deine Aktien und Co. Aber über 100. Es war auch dann nicht ganz so und ich habe einfach gemerkt, dass es von der Zeit her nicht geht. Das war ein schönes Hobby, was ich ein paar Jahre lang gemacht habe, einfach weil es mir extrem viel Spaß gemacht hat, einzelne Aktien zu selektieren, die Bilanzen anzuschauen, die Geschäftsberichte zu lesen. Es gibt auch viele Synergieeffekte zu meinem normalen Beruf, aber langfristig war es den Aufwand nicht wert, beziehungsweise vor allem nicht tragbar mehr mit der Zeit. Und du bist auch ziemlich tief rein. Also anders als man das jetzt, du würdest dich ja auch unter anderem als Finanzinfluencer bezeichnen. Mit A am Ende. Genau, machst du immer ganz gerne auf Instagram. Aber du bist ja schon sehr tief in sehr viele Unternehmen reingegangen. Also was ich üblicherweise so von Instagram kenne, ist, dass so die Typ, die klassischen Aktien so, die durchs Dorf getrieben werden sozusagen, die sich jeder anschaut und jeder hat ein LVMH im Portfolio, weil das derzeit gerade so gang und gäbe ist. Aber du hast ja wirklich sehr kleine Nischenaktien rausgefunden, die man über die klassischen Broker gar nicht so kaufen kann. Das fehlt dir nicht. Ein bisschen fehlt es mal schon und ich habe auch die Tendenz vielleicht, immer wieder sage ich mir, nimm dir noch 20 Werte, fahr so ein ganz kleines Einzelwerte-Depot zum Spaß noch nebenbei. Vielleicht mache ich das auch, aber die 100, glaube ich, werden es jetzt erstmal nicht mehr werden. Und warum hast du dann eingangs gesagt, dass so ein diversifiziertes ETF-Portfolio für die meisten Menschen sinnvoll ist? Also glaubst du daran, dass man den Markt outperformen kann oder nicht? Also grundsätzlich, den Markt out zu performen für kurze Zeit ist einfach. Du kaufst dann irgendwelche Aktien und wenn es Glück hat, klappt es. Wenn es Glück hat, klappt es nicht. Kann man konsistent über eine lange Zeit den Markt risikogewichtet outperformen, also nicht mehr Risiko, als der Markt zu nehmen. Es gibt ein paar Manager, die das tatsächlich seit 20 Jahren schaffen. Aber, und das muss man auch dazu sagen, das sind die wenigsten. Die sind meistens für Privatanleger nicht zugänglich. Die sind meistens sehr stark kapazitätsbeschränkt. Die sagen halt, wir können maximal 400 Millionen aufnehmen, weil dann fangen wir an, durch unsere Handelsgeschäfte den Preis zu bewegen in die ungünstige Richtung. Und es ist vor allem eben ein Vollzeitjob. Also eigentlich, man sagt immer zum Spaß, aber da steckt schon was dran. Wenn du wissen willst, ob ein aktives Management gut ist oder nicht, geh auf die Homepage. Und wenn die Homepage mehr ist, als einfach eine Landingpage mit einem Impressum, dann ist die Performance meistens schlecht. Die verbringst du viel Zeit auf dem Markt. Genau, weil die Frage ist halt, wie verdienst du Geld? Du hast zwei Wege, Geld zu verdienen. Entweder, indem du Performance generierst und so die Assets langfristig vielleicht ein bisschen wachsen lässt oder du wirbst einfach möglichst viele Kundengelder ein, auf die du dann eine prozentuale Vieh verdienst, die deutlich größer ist als die von ETFs. Und die meisten konzentrieren sich halt auf Zweiteres und da kommt natürlich auch viel, viel Underperformance zustande. Wenn ich einfach den ETF nachkaufe, aber mit höheren Kosten, das ist halt der klassische, aktive Fonds, den man bekommt, dann braucht man sich nicht wundern, wir dienen natürlich deutlich schlechter Performance. Ja. Und ich meine, du hast ja auch dann, also gerade Fonds, die gut performt haben in der Vergangenheit, heißt, also gerade wenn du dir einen raussuchst, der in der Vergangenheit gut performt hat, heißt das ja noch lange nicht, dass er auch in Zukunft gut performt. Genau. Auch aus dem Hintergrund, weil wir haben das jetzt an verschiedenen Stellen schon mal beobachtet, von schlecht laufenden Fonds, wo der Fondsmanager den dann einfach platt macht und einen neuen aufsetzt, einfach um einen ganz neuen Track-Record zu haben. Ja. Und auch das Thema Volumenbeschränkung, was du mal gesagt hast, da hatten wir im Podcast ja Folge 33, ein ausführliches Thema gemacht zum Thema Copy Trading. Vielleicht noch mal ganz kurz dazu, weil ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich interessantes Thema. Darf ich nur den einen Satz noch beenden zum aktiven Management? Also kann man outperformen? Ich würde es eben, wie du sagst, 99,9 Prozent der Leuten nicht raten, weil erstens die Wahrscheinlichkeit, dass ihr selbst den Markt outperformed sehr niedrig ist. Ihr hört halt nur von denen, die outperformed haben, weil alle anderen aufgegeben haben. Und es lohnt sich auch vom Aufwand nicht. Normale Menschen haben ja auch noch einen Job nebenbei und können sich nicht zu 100 Prozent aufs Portfolio konzentrieren. Ich als Beamter kann das natürlich auch nicht. Ansonsten eine gute Herangehensweise, was die meisten Leute bei uns in der Community machen, ist ein Core Satellite Portfolio. Ja. Also dass du einfach so einen Kern hast von breit gestreut und dann die anderen Aktivitäten so zum Spaß drumherum. Superspannend. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Copy Trading, weil du ja eben gesagt hast, Volumenbeschränkung. Da wurden wir ja nach einer Aussage, die Markus gemacht hat im Podcast, nicht mal ich, angegriffen von einem Copy Trader, der gesagt hat, das ist alles Blödsinn, das, was wir erzählen und dass man natürlich krasse Outperformance liefern kann und er hat uns dann auch mit Screenshots versorgt, wie das geht und das ist ja auch tatsächlich, wie viel 100 Prozent Rendite? Ich weiß gar nicht mehr. Das waren, glaube ich, 1500 Prozent Rendite. In anderthalb Jahren oder so was? Ja, ungefähr. Ein bisschen weniger sogar, glaube ich, derzeit auch. Und da haben wir dann mal ein bisschen auf den Zahn geführt, um rauszufinden, dass das ja eigentlich mit dem Volumen, was er macht, gar nicht geht und dass das halt so ein, wie hast du das genannt, so ein Coin-Flipping-Sache ist, also dass er quasi jeden Tag das gesamte Volumen riskiert. Ja, so extrem vielleicht nicht, aber das sind halt oftmals Strategien, die auf kleine Bewegungen Intraday setzen. Und das generelle Problem ist, eine kleine Bewegung, damit du da entsprechend Rendite generierst, brauchst du natürlich einen ziemlich hohen Hebel. Und dann kommt das Problem rein, dass du, wenn du mit einem hohen Hebel auf eine kleine Bewegung setzt, eigentlich ab einem bestimmten Volumen, das du insgesamt managst und das ist ein einstelliger Millionenbereich im DAX, was tendenziell maximal geht, vielleicht sogar eher auch noch am unteren Ende, dass du ansonsten anfängst, den Markt in dich, eine für dich ungünstige Richtung zu bewegen. Also diesen speziellen Fall, da war es so, dass der Händler mit einem Broker gehandelt hat und Hebel 1000, der Broker, der eher im Ausland sitzt und wie der das gemacht hat, der Broker, keine Ahnung, aber was der Broker sicherlich nicht gemacht hat, ist diese Geschäfte abzusichern. Also wir hatten ja vorher, weil der Markt dafür nicht groß genug ist. Genau, genau. Wir hatten ja vorher über die Derivate gesprochen. Wenn Goldman oder sonst eine Bank ein Derivat verkauft, sichert sie das eigentlich immer in der einen oder anderen Form ab. Diese Geschäfte, die wir da in dem Podcast angeguckt haben, die wären unmöglich abzusichern gewesen. Ich hatte mir das einmal angeschaut. Der Händler würde an einem Tag über 10% vom gesamten Eurex-Volumen im DAX-Future bewegen. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt nicht nur die Eurex, es gibt schon, Liquidität ist ein bisschen größer, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dieser Broker das tatsächlich abgesichert hat, sondern der Broker hat wahrscheinlich drauf gesetzt, einen Großteil aller CFD-Kunden, 80, 90% oder mehr, verlieren langfristig Geld. Dann sichere ich halt einen großen Teil von denen nicht ab, dann ist deren Verlust letztlich mein Gewinn. Hoffentlich war das jetzt nicht zu viel Fachwissen oder Fachbegriffe. Jedenfalls, wir haben uns das Thema angeschaut zum Copy Trading, weil super viele Leute immer nach Copy Trading gefragt haben und es gibt sehr, sehr viele Social Media Accounts, die dann gerne mal mit schönen Autos, Uhren und Privatchats hier und da sich zeigen und deswegen haben wir uns das ein bisschen intensiver angeschaut beziehungsweise du hast eigentlich eher mal nachgeforscht und nachgerechnet, wie das möglich ist und lustigerweise, gerade in dem Moment, wo du dir das Portfolio angeschaut hast, ist es an dem Tag 10% abgerauscht und 10% auf die Gesamtperformance, wo wir bemerken, das heißt, alle die Leute, die in der Zeit ein bisschen weiter hinten eingestiegen sind, haben viel herbere Verluste eingefahren und seitdem ist diese ist diese Copy Trading Aktivität glaube ich deutlich, hat an Luft verloren. Was in dem konkreten Fall dran lag, dass der Broker wohl einen Stop Loss ausgeführt hat zu einem deutlich, deutlich ungünstigeren Kurs als eigentlich angezeigt und der Broker kann das halt immer rechtfertigen und zwar sagen, ja das hohe Volumen rechtfertigt diesen deutlich schlechteren Kurs. Wenn wir jetzt böse Zungen würden unterstellen, der Broker hat einfach die ganzen Gewinne der Kunden, waren die Verluste des Brokers oder des Market Makers dahinter, wer auch immer das dann ist und wollte man halt nicht tragen und hat sich so einen Teil zurückgeholt. Weil ich glaube, das ist das Problem, bei diesen Plattformen spielst du letztlich immer gegen den Market Maker und nicht gegen den realen Markt. Du setzt halt darauf, dass du besser anlegst oder intraday deine Preise hin und her schiebst, als dieser eine Mensch, der beim Market Maker da ist. Das ist letztlich ein Kampf von zwei Leuten und das kann man sicherlich auch mal eine Zeit lang gewinnen. Das Problem ist halt, der Market Maker sitzt immer am längeren Hebel und kann dich halt wie in dem Fall dann im Service Fall einfach ausstoppen, wenn er keine Lust mehr hat. Und mit dieser Plattform meinst du CFD-Handelsplattformen? Also typischerweise dort, wo man CFDs, Contracts for Difference handeln kann, da spielst du halt genau gegen den Broker, wie du es gerade gesagt hast. Und das muss ja in Deutschland zumindest auch gelabelt werden. Du siehst ja dann auf der Webseite auch immer die Verlustquoten. Also da steht dann so was wie, 82 Prozent aller Anleger verlieren bei uns Geld. Also das muss quasi wie beim Rauchen angezeigt werden. Genau richtig. Habe ich zum Spaß früher auch immer gesagt, sollte man bei den strukturierten Produkten auch irgendwie so als Warnung noch dazu zeigen. Wobei man sagen muss, wenn du über eine deutsche Bank, nicht die deutsche Bank, aber einen deutschen Broker, CFD handelst, dann ist das meistens schon mal was anderes. Dann ist es eher wie die Zertifikate. Das glaube ich, ein Großteil des CFDs-Geschäfts in Europa macht die Societe General, die ich vermutlich falsch ausgesprochen habe als Nicht-Franzose. Ich sage einfach die Sockchen und die werden das natürlich absichern am Ende. Das heißt, das ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Wenn gleich es dasselbe Problem ist, du machst auf Dauer eigentlich Verlust als normal. Nichtsdestotrotz spielst du nicht gegen den Markt, sondern gegen deinen Broker. Genau. Der sich jetzt nach hinten über die Sockchen absichert oder nicht, ist ja wieder eine andere Frage. Okay, ja, spannende Sache. Kommen wir noch zu einem weiteren Lieblingsthema von dir, Zinspolitik. Besprechen wir auch extrem viel im Podcast immer wieder drüber. Zinsen hoch, Zinsen runter. Da hat sich ja jetzt ziemlich viel getan in letzter Zeit. Wir kamen ja jetzt aus fast einem Jahrzehnt Niedrigzinspolitik und dann sind die Zinsen hoch, was für ziemlich viel Content gesorgt hat. An den verschiedenen Stellen ist da ein bisschen was angebrannt. Du verfolgst das ja ziemlich passioniert, das Thema Zinsen. Wenn es nach mir geht, können wir den ganzen Tag nichts anderes machen, als nur über Zentralbanken zu sprechen. Okay, dann erzähl mal. Also was denkst du, wo es hingeht? Siehst du derzeit ein Risiko? Weil ich meine, wenn man historisch die Zinslage sieht, sind wir eigentlich gar nicht so hoch. Wir sind nur sehr, sehr schnell gestiegen von 0 auf 3 Prozent oder wo wir gerade derzeit liegen im Einlagenzins oder also im Leitzins. Und ja, aber du und auch der Markt gehen ja davon aus, dass wir in Zukunft wieder steigende Zinsen sehen. Spätestens zu Jahresende. Fallende. Bitte? Fallende. Fallende Zinsen, sorry. Ja, fallende Zinsen sehen. Genau, also in den USA geht der Markt davon aus, dass wir jetzt Anfang Mai wahrscheinlich noch eine letzte Zinserhöhung sehen und es dann vorbei ist. Dann glaubt der Markt, das kann man an, es gibt wesentlichen Futures auf den Leitzins, ganz vereinfacht, also Wetten drauf. Und anhand dieser Wettquoten kann man quasi ablesen, was der Markt glaubt, dass die Wahrscheinlichkeit ist. Und der Markt denkt, dass wir fallende Zinsen sehen. Ich sag mal ganz vereinfacht, im nächsten eineinhalb Jahre wahrscheinlich sechs Zinssenkungen. Aber hältst du das für realistisch? Weil ich meine, früher die Argumentation war immer gewesen, zumindest in Europa, ja, wir haben ökonomisch etwas schwächere Länder, so ein bisschen Südstaaten war ja immer so ein bisschen der Begriff. Und deswegen können wir keine steigenden Zinsen haben. Ich habe ja damals mit der Direktorin der EZB, Isabel Schnabe, über das Thema gesprochen. Ein bisschen heikles Thema, muss man ein bisschen aufpassen. Und da hieß es immer, ja, Zinsen schwierig zu erhöhen, weil dann steigende Zinsen bedeutet ja auch, dass Staaten sich teurer verschulden. Das bedeutet, die Staatsausgaben steigen, die Staatshaushalten wird belastet. Und jetzt ist die Inflation, jetzt haben wir eine riesen Inflation erlebt und deswegen mussten die Zinsen angepasst werden. Also glaubst du nicht, dass wir auf diesem Niveau eine Zeit lang bleiben werden? Erstens mal, um vielleicht Zentralbankbilanzen abzubauen. Und zweitens, also bis die Inflation wirklich komplett auf diesem 2%-Niveau mal wieder ist, weil davon sind wir ja noch ein gutes Stück entfernt. Ein bisschen entfernt. Ob die Zentralbanken jetzt wirklich ihre Bilanzen so stark abbauen, großes Fragezeichen. Die Federal Reserve macht das ja jetzt seit einigen Monaten, musste dann aber im März aufgrund der Silicon Valley Bank etc. relativ viele Notkredite an die Banken vergeben, um deren Liquidität sicherzustellen. Die Bilanz hat seitdem ungefähr die Hälfte des Abbaus innerhalb von eineinhalb Wochen wieder rückgängig gemacht. Also ob die langfristigen nach unten gehen, großes Fragezeichen. Aber ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, nach dieser langen Phase niedriger Zinsen, jetzt so eine schnelle Erhöhung deckt im System im Wesentlichen Risiken auf, denen wir uns vorher gar nicht bewusst waren. Wie zum Beispiel, dass Banken wie die Silicon Valley Bank die Kundeneinlagen in langfristigen Staatsanleihen investiert haben, die ich kurzfristig halt nur mit Verlust verkaufen kann und dann Probleme habe, wenn die Kunden alle ihr Geld abziehen. Britische Pensionsfonds war noch ein Thema. Die britischen Pensionsfonds, das hat man glaube ich am Podcast da damals dazu gesprochen. Genau. Was gab es noch? Es gab ja einige Brandherde, die so quasi aufgedeckt wurden dadurch. Genau. Kann gut sein, dass wir noch ein paar mehr sehen. Heißes Thema hatten wir auch im Podcast, der Commercial Real Estate, vor allem in den USA, also Geschäftsimmobilien, Immobilienmarkt. Vonovia sieht man ja entsprechend auch den Impact von höheren Zinsen. Die Refinanzierungskosten von Vonovia sind mittlerweile deutlich höher als deren Mietrendite auf ihre Objekte. Also wenn das eine lange Zeit so weitergeht und die viel refinanzieren müssen, dann wird das halt für die hochgradig kritisch werden. Aber meinst du nicht, dass der Markt sich daran gewöhnen kann, einfach so ein neues Zinsniveau zu haben? Weil wir hatten in meinem Gespräch zum Beispiel auch, ich glaube Andreas Beck war es gewesen, der gesagt hat, endlich sind wir mal wieder in einem normalen Umfeld, wo man auch mal wieder in Anleihen investieren kann. Weil Anleihen, das merke ich ja bei uns, wir haben eine ETF-Suche und da hat sich niemand für Anleihen ETFs interessiert. Und jetzt mittlerweile gibt es super viel Nachfrage für Anleihen ETFs und Geldmarkt ETFs. Also Geldmarkt sind ja kurzlaufende Anleihen, vereinfacht ausgedrückt. Und ja, findest du das nicht normaler, jetzt so ein Zinsumfeld zu haben? Also gehst du wirklich auch davon aus, dass wir jetzt wieder senkende Zinsen aufgrund dieser Effekte sehen müssen? Das ist natürlich die große Frage. Hat der Markt mit seiner Erwartung recht? Ich tendiere zu ja, aber ich bin etwas skeptisch. Also im Wesentlichen preist der Markt ein, dass wir jetzt eine milde bis eigentlich eine stärkere Rezession bekommen und lässt die Zentralbanken zwingen, Zinsen zu senken. Ob die tatsächlich kommt, ist zumindest noch nicht ganz in den Daten ablesbar. Also der Arbeitsmarkt in den USA ist zum Beispiel immer noch überraschend stark, wenngleich ist auch mittlerweile die FED auch selber die offiziellen Statistiken etwas anzweifelt. Aber wenn es diese milde bis stärkere Rezession nicht gibt, dann kann man durchaus argumentieren, dass Zinsen auch erstmal da bleiben können. Und das wäre vermutlich für viele Marktteilnehmer eine unerwartete Überraschung. Ja, und für andere wieder eher eine Freude. Also das kommt immer drauf an. Ich weiß noch, als wir lange in dieser Niedrigzinspolitik waren beziehungsweise auch die EZB den Leitzins auf Null gesenkt hat, dass dann auch ziemlich viele Banken gestöhnt haben und gesagt haben, wir können kein Zinsdifferenzgeschäft mehr, wir können kein Geld mehr verdienen. Das Thema war dann, keine Ahnung, ein Jahr lang oder anderthalb Jahre aktiv und dann ist es auch irgendwie verschwunden. Dann haben Banken auch wieder Möglichkeiten gefunden, Geld zu verdienen. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch der Immobilienmarkt irgendwann wieder damit klarkommen muss, 3% Zinsen zu zahlen. Oder? Ich finde es gut. Also für Hedgefonds sind ja höhere Zinsen positiv tatsächlich. Warum? Wenn du so einen Long Short hast, also du hast 100 Euro und dann gehst du Aktien short, dann kriegst du ja das Geld rein, weil du leistest die Aktie, verkaufst sie. Also du kriegst nochmal 100 Euro dazu und kaufst dann nochmal welche, gibst die 100 Euro aus. Das ist super vereinfacht. So Long Short Hedgefonds sitzen oftmals auf einem großen Batzen Cash, das einfach nur rumliegt. Und wenn du das zu 5% anlegen kannst, ist das eigentlich eine gute Sache und es kommt ja dann auf die Rendite und top nochmal drauf. Ja, gut. Dann aber in einem Umfeld von einer geringen Inflation, weil ansonsten ist es ja linke Tasche, rechte Tasche. Du willst ja real irgendwie Geld gewinnen. Richtig. Und das ist halt auch die andere große Frage. Wenn man die Zinsen anguckt, muss man natürlich über Inflation auch sprechen. Haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Wenn du davon ausgehst, dass die Inflation hoch bleibt oder vielleicht auch nochmal einen Ansprung, anspringt, nochmal anspringt, wie man in UK so vorsichtig sehen könnte, dann wird das natürlich die Zentralbank erst recht dazu zwingen, dass sie jetzt nicht einfach mit Zinssenkungen anfangen kann. Ganz großer Themen-Switch. Arno hat mir noch eine Frage mitgegeben, die ich dich absolut fragen sollte, nämlich deine Meinung zu Chart-Technik. Wir wurden ja häufig fragen uns zu Leuten oder schicken uns Mails und sagen, guck mal hier, welche Chart-Techniken sind denn die besten? Was ich unter Chart-Technik verstehe, ist, du siehst einen ganz normalen Kurs-Chart und da werden irgendwelche Linien und Interpretationen reingemalt, um dann herauszufinden, wo der Kurs in Zukunft steht. Wie findest du sowas? So ein Dinosaurier mit Augen. Und es gibt eine, ich antworte mal, möglichst diplomatisch. Und das kann man dann sowohl positiv als auch negativ für oder dagegen interpretieren. Also was auffällt, ist, dass eigentlich im institutionellen Bereich diese Art von Strategie überhaupt gar keine Rolle spielt. Also es gibt jetzt keinen Hedgefonds, wo die Händlerin morgens reinkommt, ein Bild in Chart malt und dann Long oder Short geht. Das spielt eigentlich da überhaupt gar keine Rolle. Es taucht immer dann auf, wenn Banken an Privatanleger Kommunikationen rausgeben. Weil im Privatanleger-Bereich ist es halt sehr beliebt und wollen viele Privatanleger einfach sehen. Jetzt gibt es zwei Interpretationen in der Sache. Entweder man die negative wäre, wenn es die Leute, die sich auskennen, das ist immer so der Fall ist, sei mal dahingestellt, nicht machen, dann funktioniert es wahrscheinlich nicht. Die andere positive Interpretation wäre, es funktioniert vielleicht nur mit so ganz kleinem Volumen, dass du halt nicht den Markt entsprechend bewegst. Weil wir hatten ja gesagt, im DAX-Future kannst du halt nicht mit beliebigen Summen rauf und runter, vor allem nicht mit 400 Millionen, was halt so eine Größe für so einen Hedgefonds beispielsweise wäre. Was dann allerdings wieder etwas auffällt ist, nehmen wir mal an, es funktioniert mit sehr, sehr kleinem Volumen und ich habe eine Strategie gefunden, die klappt. Warum würde ich die jetzt an andere Leute in einem Coaching, in einem Börsenbrief oder sonst was für 20 oder sei es 3000 Euro verkaufen? Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Wenn ich etwas gefunden habe, was profitabel ist und bis zu einer Million funktioniert, dann das Geld kriege ich schon selber irgendwie hin. Ich würde es ein bisschen radikaler sagen, ich würde sagen, das ist Blödsinn, Chart-Technik. Also in den meisten Fällen, also mir ist kein Fall bekannt von irgendjemand, der mit Chart-Technik eine krasse Outperformance gemacht hat. Und selbst wenn das funktionieren würde, dann wäre die Person, wie du gesagt hast, ja nicht bekannt, weil die es für sich behalten würde. Ich glaube, es gibt da andere. Und was man nicht wechseln darf, also viele Leute denken ja so, wenn ich in der Bank sitze und habe da so sechs, acht Screens vor mir oder so und da ticken die ganze Zeit die Charts hoch und runter und mit News, dass die Trader, die dort sind, keine Chart-Technik machen oder solche Dinge. Da gibt es andere Analysen, die da angewandt werden. Genau, zum Beispiel als Händler in der Bank sicherst du entweder Derivate ab oder du exekutierst Aktiengeschäfte, also große Aktiengeschäfte für institutionelle Kunden und versuchst, auf dieses Aktiengeschäft das quasi noch besser auszuführen, dass du ein bisschen was daran verdienst. Und was du da nutzt, ist zum Beispiel einfach, dass du die ganze Flow-Color vom ganzen Markt hast, also du siehst, wer wann was verkauft. Flow-Color bedeutet, genau, also du weißt, wer üblicherweise wann welche Handelsaktivitäten hat. Genau, welche Volumina da reinkommen. Du hast Zugriff auf Dark Pools, auch wenn du die vielleicht eigentlich nicht haben willst, weil da gibt es ganz andere Probleme mit den Dingern. Was sind Dark Pools? Das sind ganz vereinfacht Handelsplätze, die nicht öffentlich einsehbar sind. Heißt, du siehst, bei einer Börse kannst du immer auf die Webpage und Co. gehen, siehst alle Geschäfte, die getätigt worden sind. In einem Dark Pool siehst du das nicht. Das hört sich dann immer positiv an. Dann habe ich auch Leute, die sagen zu mir, wie kann ich so ein Dark Pool handeln? Das wisst du eigentlich nicht, weil da sind die ganzen Hochfrequenzhändler aktiv und ziehen nicht regelmäßig ab, wenn du versuchst, da was zu machen. Bloß, was ich sagen will, also du hast als institutionelle Händler einfach viel mehr Informationen über das Agieren von anderen Marktteilnehmern, was du halt alles als Privatanleger nicht hast. Weil die Flow oder die Volumina, die du da siehst, sind ja alles Historie. Und in der Bank kannst du zumindest sehen, was da reinkommt oder zumindest hast du Erfahrungswerte und weißt, dieser große, keine Ahnung, diese große Fonds und Gesellschaft müsste jetzt dann und dann rebalancen oder solche Dinge und dann weißt du halt, okay, da kommt jetzt großes Volumen in den Markt, weißt du in welche Richtung und da könntest du dann halt davor handeln. Genau, das wird tatsächlich auch gemacht, also die großen Index-Rebalancing-Tage zum Beispiel, da gibt es Händler in der Bank, die positionieren dann halt ein, zwei Wochen vorher schon ihr Buch entsprechend, dass sie am Rebalancing-Tag Geld verdienen können. Holger, super interessant, ich hoffe, es war nicht zu technisch gewesen für den Finanzlos-Kanal, jeder, der sich wie gesagt das gerne häufiger mit deutlich mehr Markt-News anhören möchte oder anschauen möchte auch, der schaut gerne mal auf unserem Podcast vorbei, war auf jeden Fall eine Freude, dich kennenzulernen, mal in live, in echt, bisher haben wir nur die Folgen zusammen gemacht und ich fand es ein gutes Interview. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, Thomas, ich habe noch eine Frage an dich am Ende, when, Lambo? Irgendwann, genau, wenn du mir den nächsten Jolo-Trade empfiehlst. Also, danke. Mach's gut, ciao. Das war soweit auch schon mein Interview mit Holger, wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann seid ihr ziemlich stark, denn das Interview ist zwischenzeitlich etwas nerdig geworden. Wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, klickt auf jeden Fall hier und schaut euch auf jeden Fall auch mal den Marktgeflüster-YouTube-Kanal an, das ist nämlich unser wöchentlicher Podcast, den wir gemeinsam machen, wo wir jede Woche über Marktgeschehnisse und auch ziemlich viele private Anekdoten sprechen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.